schönen guten morgen 28.12 viertel vor acht und die einkaufstour kann losgehen musik Wer filmt denn die Scheiße? Filmt ihr gerne, glaube ich. Aldi ist fertig. Bist du dann erfolgreich? Ja, bis auf die Päusen. Eine Päusen haben wir gekriegt. Nächster Stopp, Rommerskirchen. Wir fahren jetzt nach Rommerskirchen, das Mekka für Pyros, für die Einkaufstour. Dort gibt es einfach alles. Aldi, Netto, zwar mit Comet. Hier kommt jetzt ein Netto. Aber da fahren wir später erstmal hin. Aldi waren wir schon, da fahren wir auch später hin. Nidl gibt es da, Thomas Philips gibt es da, Center Shop gibt es da, Penny gibt es da. Und ja, hier ist ein Aldi. Rechts ist da jetzt Center Shop. Da fahren wir auch später hin. Links haben wir Penny. DM ist hier auch. Rewe ist hier auch, glaube ich. Und rechts haben wir, links haben wir nochmal Lidl. Und rechts ist Thomas Philips. Das steuern wir jetzt an. Ja, Thomas Philips, totale Flaute. Albert gibt es nix mehr. Und wir haben es gerade mal halb neun. Jetzt fahren wir rüber zu Lidl. Und wir haben es. Und wir haben es wirklich. Und wir haben es, dass wir jetzt eine Zauberin. Und wir haben es. Und wir haben es. Und wir haben es. Und wir haben es, wir haben wir mal gehört. Kann man hier rein? Du kannst reinkommen. Dürfen wir hier zugreifen, oder? Brauchst du Superfly? Haben sie Phantoms & Ghosts, das Raketenset? Raketenset haben wir gar keine mehr. Okay, ja gut, hier hast du Cubis, eine Packung? Dankeschön. Nur noch das, was jetzt hier in den Karton ist. Okay. Superfly gehen in die Hand. Alligator? Wieso nicht? Du hast doch keine Poisen. Die Poisen gehört mir. Nimm lieber einen Alligator. Echt? Ja, die ist besser. Welche war das hier? Extra Price, Celebration, das brauchen wir nicht. Bombette, brauchen wir nicht. Casino Royale, Flashback, Casino Royale, Highspiel Rocket, feiern. Los, ab geht's. Mach rein. Mit dem Wagen rum bitte. Ach so rum. Genau, damit ich da mal eben reinmachen kann. Wunderbar, vielen Dank. So. Ja, ich bin immer sehr neugierig. Alles klar, dann fahren wir jetzt nach Solingen zum Netto mit Lesley, das soweit sieht die aus Leute bis jetzt aus, Aldi, Lidl, Thomas, Philipp, nix, Feierabend. So, wir haben noch einen kurzen Abstecher beim Jawoll gemacht, die Billig-Deballer-Schinken gab es nicht, aber Luna habe ich bekommen, zweimal, Grüße gehen raus an Marvin, für dich ist auch einer dabei und jetzt geht es zum Netto mit Lesley. Musik 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 Netto mit Leslie Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Netto war ein voller Erfolg, aber noch nicht alles. Wir gehen jetzt zu dem nächsten Netto mit Lesbi und ich habe noch nicht genug Gold Skies, ich habe auch noch nicht genug Titanium Waves und dann schauen wir mal, ob wir die da aufstehen. So, Netto mit Lesbi, mein absoluter Erfolg, ich habe viermal die Titanium Waves, eine ganze VW, Gold Skies habe ich auch genug gekriegt. So, jetzt fahren wir nach Eithorff, die Ü-Packets abholen und dann mal schauen, vielleicht noch einen Kaufland ansteuern, den kann ich aber auch morgen ansteuern, mal gucken. So, wir sind jetzt gleich in Eithorff, ich hoffe die machen keine Faxen, weil ich bereits schon Feuerwerk im Auto habe, die sind ja immer ziemlich pingelig. naja, einkaufst du bisher richtig erfolgreich, das Wetter spielt auch wunderbar mit, die Sonne scheint, ich bin jetzt hier hinterm Berg, deswegen sieht man das nicht so, aber wir haben zwölf Grad draußen, also so kann es Silvester auch sein, das sind schon mal gute Anzeichen. und ja, nur noch Weko, Eithorff und Kaufland, da fahre ich nach Hause, dann bin ich fertig. Ich habe alles bekommen, was ich bekommen wollte, ja dann fahren wir jetzt nach Eithorff. Eithorff. Und Cum Doktorượng 16. 13. 17. 17. 18. 18. 18. 19. 16. Hallo! 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 Hier links wieder fahren. Gott, danke! Gescannt haben wir schon. Jetzt müssen wir uns nur noch einladen. Hallo! 12 Uhr! Bitte? 12 Uhr! Ja! Hallo! Was heißt denn 12 Uhr? Sie können euch fahren. Okay. Ja, ich bin noch geläufig. Die drei, ja? Nee, komm, bleib bei mir. Komm. Gut. Wer will schon die drei? Ja, ja. Sie müssen nochmal scannen? Machen wir an hier. Einmal nochmal scannen. Zwei und eins, bitte. Zwei und eins. Jetzt aber. Zwei. Einmal die Zentralstriegelung öffnen, bitte. Ja, Alter, jetzt rein. Ich war ja hart, ja, der ist ein bisschen schon dabei. Bisschen, bisschen, bisschen. Hier können zwei rein. Veko ist im Kofferraum. Veko ist ganz unten. Ich glaube, zwei können wir hier rein tun. Ja. Super. Ist jetzt ein Batterie und zwei normale, ja? Ja. Batterie ist welcher? Ja, hier. Ja, super. Alles klar. Danke schön. Danke, ebenso. Gut. Ja, super. Jetzt bin ich fertig. Und die ganzen Leute. So sieht's aus bei Veko und Eitor. Schön am Arbeiten. Ah, ist wie... Ist wie so ein Drive-Schalter bei McDonalds. Rein und raus. Geil. Veko, wenn ihr was richtig macht, dann ist es das hier. Das war die Einkaufstour 2023, 2024. Im Großen und Ganzen sehr erfolgreich. Nur beim Thomas Philips habe ich nichts bekommen. Ich bin da rein und gleich wieder raus. Es gab keine Albers mehr, obwohl es erst halb neun war. Und mit Discovery beim Lidl habe ich nirgends gesehen. Ich war in drei Lidls drin. Es gab nirgendswo Discoverys. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr welche gesehen habt. Das würde mich mal echt brennend interessieren. Weil es kann einfach nicht sein, dass in drei Lidls nicht eine Discovery zu sehen ist. Äh, ja. Hier. Raketensets. Zweimal Luna. Phantoms and Ghosts. Die Pyro Party Family Pack von Netto mit Leslie. Da habe ich mich ordentlich eingedeckt. Star Hunter. Super Sonic. Hier die Komet Raketen für 5,55 vom Kaufland. Die Nummer eins bei mir. Top 30 habe ich drei mal mitgenommen. Two Tribes Toxic Kiss. Ne. Sumo Games. Widow's Kiss. Und Two Tribes Orcs. Dragon Engine. Und Vulkane habe ich mich auch mit eingedeckt. Nächster werden die bestimmt nicht so günstig sein. Viel Glück auch einmal mitgenommen. Und die drei Ü-Pakete aus dem Werk von Veko in Eitor. Zweimal Normal und ein Batterie-Ü-Paket. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, eure Einkaufstour war genauso erfolgreich. Übrigens, das ist ja alles nur zum Warmzünden, zum Testen. Unser 18 Uhr Feuerwerk, 21 Uhr Feuerwerk und 0 Uhr Feuerwerk steht bereits. Und das ist, wie gesagt, diesmal stimmt es aber auch. Es ist wirklich alles zum Warmzünden. Ich hoffe, eure Einkaufstour war genauso erfolgreich. Meine war's. Bis auf, ja, Thomas Philips, die Albert Sachen habe ich alle nicht bekommen. Sei es drum, die werde ich dies halt nicht zünden. Ansonsten wünsche ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein. Bis dann und euer Hattas. Ciao.